Herzlich willkommen in der Sicherheitswelt der Balois. Heutiges Thema, sturzfreier Haushalt. Die meisten Unfälle passieren nicht etwa in den Bergen oder auf der Straße, sondern bei Ihnen zu Hause. Daheim ist das Sturzrisiko besonders hoch. Nicht nur alte Menschen und Kinder sind betroffen. Bei Treppenstürzen haben zum Beispiel die 26- bis 45-Jährigen statistisch die Nase vorne. Werfen Sie als erstes einen Blick auf Ihre Hausschuhe. Wie gute Reifen sollten diese Profil haben. Und hohe Absätze brauchen Sie zu Hause sowieso nicht. Treppen sichert man mit rutschfestem Belag und einem Geländer zum Festhalten. Allerdings hilft das alles nichts, wenn Sie die Treppen als Ablagefläche nutzen. Im Bad geht es oft rutschig zu. Besonders, wenn Sie gerne Ölbäder genießen oder sich großzügig einkrämen. Hier schaffen Haltegriffe und rutschfeste Matten oder Klebepads Abhilfe. Im Schlafzimmer sind kleine Nachtlichter hilfreich, wenn Sie Ihren Partner bei nächtlichen Ausflügen nicht wecken möchten. Gerade in der Dunkelheit werden unsauber verklebte Teppiche, Türschwellen und Kabel zu Stolper fallen. Und egal, wie gut Sie Ihre Wohnung zu kennen meinen, achten Sie darauf, dass Sie immer freie Sicht haben. Dinge, die Sie selten benötigen, dürfen ruhig außerhalb Ihrer Reichweite platziert sein. Ihre sichere Steighilfe sollten Sie dann aber immer griffbereit haben. Schön, dass Sie sich zu Hause so sicher fühlen. Mit unseren Tipps sorgen Sie dafür, dass Sie es auch tatsächlich sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere nützliche Tipps rund um Ihre Sicherheit finden Sie auf unserer Homepage. Wir Time's